Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal, hier oben ins Finanzwelt. Heute habe ich hier wieder ein Update zur Xiaomi Aktie für euch dabei. Und zwar hat der Xiaomi einen Rekord bei Mi 11 aufgestellt, darauf möchte ich kurz mit euch eingehen. Und einfach, dass man sieht, wie gigantisch hier Xiaomi schon am wachsen ist. Und ganz klar ist jetzt auch, die Xiaomi Aktie befindet sich jetzt wieder in so einem kleinen Aufwärtstrend. Wir schauen uns das Ganze natürlich an und gehen hier auch wieder auf den Wachstumscheck zusammen drauf ein. Und wenn euch mal wieder mein Kanal gefällt, dann lasst euch jetzt gerne ein Abo da. Würde mich natürlich mega freuen. Ich würde sagen, wir starten uns hier direkt. Und zwar wie gewohnt eben mit dem Wachstumscheck. Wir haben ja weiterhin 12 von 15 Wachstumspunkten. Wir haben einen Kurs aktuell von 2,82. Also man sieht, wir sind hier wieder leicht nach oben gelaufen. Man kann es hier auch im kurzen Chart schon mal sehen, dass hier so ein leichter Aufwärtstrend zu erkennen ist. Natürlich, wenn man es hier die Umsatzentwicklung anschaut und auch das Abit und den Gewinn, dann geht es deutlich nach oben. Hier jedes Jahr, also seit 2016, schöner Anstieg auch vom Umsatz. Und ich bin gespannt, wie das Ganze hier weitergeht und bis wohin die Reise mit Xiaomi noch gehen kann. Ich traue Ihnen auf jeden Fall sehr, sehr viel zu. Wir haben hier ein Umsatzwachstum von knapp 20 Prozent und auch im Durchschnitt auf die letzten zwei Jahre von über 18,5 Prozent. Und allein im Quartal gegen den Vorjahr ist man über 24 Prozent gewachsen. Also sehr, sehr solides Wachstum. Und somit haben sie sich auch die 12 von 15 Punkten verdient. Die Performance auf ein Jahr, die ist noch sehr positiv. Die liegt hier bei 104 Prozent. Das kann sich sehen lassen. Und die Performance auf die letzten drei Monate ist noch leicht negativ bei minus 8,5 Prozent. Aber ich glaube, wir sind jetzt so langsam wieder auf einem guten Weg. Wir sind zumindest hier über dem gleitenden Durchschnitt, also über die 200-Tage-Linie wieder gerutscht. Das ist mal knappe 5 Prozent darüber. Das ist im langfristigen Chart schon mal sehr, sehr positiv. Und die Kapitalaufnahmefähigkeit ist hier auch sehr stark bei über 30,6. Natürlich ist hier auch schon gewisses Geld mittlerweile vorhanden. Und Xiaomi verdient schon sehr, sehr gut. Ja, und was ist hier jetzt momentan neu? Und zwar hat hier Xiaomi ganz stolz vermeldet, dass die Mi 11-Reihe, die ja neu rausgekommen ist, mittlerweile schon über drei Millionen Verkäufe erzielt hat. Das ist gigantisch. Damit kann hier Xiaomi einen weiteren Meilenstein abhaken auf dem Erfolgsweg, weil neben der hohen Verkaufszahl gibt es hier auch noch einen weiteren Erfolg zu feiern. Und zwar ist es so, dass die Xiaomi 11 eben nach eigener Angabe das Smartphone mit der schnellsten Verkaufsrate ist. Und im neuen Bericht zufolge ist das noch nicht das Ende der Rekordjagd auch ganz wichtig. Mittlerweile hat hier Xiaomi eben schon über drei Millionen Smartphones hier aus dieser Mi 11-Reihe, verkauft. Und diese explosionsartige Zahl, die hängt jetzt hier auch mit dem Marktstart einmal vom Mi 11 Ultra, das Mi 11-i und das Mi 11 Lite, was hier eben auch mit 5G zusammen zu holen ist, zusammen. Und die erst eben über zwei Monate später nach dem Xiaomi Mi 11 hier vorgestellt wurden. Also einfach mehrere Marktreihen vom Mi 11 aktuell. Und sie haben eine gewisse Marktdominanz hier auch in China mit dem Mi 11. Also diese drei Millionen verkauften Einheiten sind nicht das Einzigste. Sie melden eben, dass das Mi 11, das Mi 11 Pro und Ultra zusammen den größten Marktanteil für Android-Telefone in China in dieser jeweiligen Preisklasse verzeichnen. Also jedes einzelne dieser Modelle ist in ihrer, in der eigenen Preisklasse quasi hier mit dem größten Marktanteil der Android-Telefone hier in China. Und das ist wirklich schon so ein kleiner Winken mit dem Zaunpfahl Richtung Samsung und Co. Also ist hier schon mal sehr, sehr stark. Und dabei bezieht man sich hier auf eine Statistik von einem chinesischen Drittanbieter für das erste Quartal 2021. Also es ist auch wirklich brandaktuell. Und was vielleicht wichtig zu wissen ist, die neue Mi 11-Reihe ist jetzt hier auch bei uns in Deutschland erhältlich. Der Marktstart hier, der Mi 11-Reihe hat sich jetzt so ein bisschen verzögert. Das Mi 11 gibt es jetzt schon seit dem 11. Februar, aber das Mi 11-i und das Mi 11 Lite erst seit dem 12. Mai. In China ist das Mi 11 Pro ganz beliebt. Das soll es bei uns leider gar nicht drüber schaffen. Aber man hat hier seit dem 20. Mai das Mi 11 Ultra im Angebot. Das ist wirklich eine High-End-Alternative. Damit ist es ein ganz klares Apple-Konkurrenzprodukt, kann man sagen. Und wenn das Ganze, also die ganze 11-Reihe jetzt erstmal Richtung Europa weiter rüberschwappt, dann glaube ich, dann werden sie hier noch mehr als diese 3 Millionen Verkäufe erzielen. Und ich glaube, dann wird das Ganze nochmal deutlich mehr gepusht. Man sieht aber, wie beliebt mittlerweile hier die Xiaomi-Handys und Smartphones bereits sind. Sie sind ja auf vielen anderen Märkten auch noch tätig, wollen ja in den Automarkt mit rein. Also ich traue ihnen hier noch sehr, sehr viel zu. Und der Hintergrund auch dafür, warum sie so erfolgreich sind, ist einfach auch die Innovation von Xiaomi. Also sie schmeißen nicht einfach nur irgendwas auf den Markt, um die Verkaufszahlen nach oben zu pushen, sondern sie haben hier wirklich Technik und Innovation dahinter, die wirklich begeistert. Ich besitze selber auch ein Xiaomi-Handy und deswegen bin ich hier mehr als begeistert. Ich habe es jetzt so sehr knapp einem Jahr und ich kann wirklich sagen, ja, nur Daumen nach oben. Und ich bin einfach vom Unternehmen selber mehr als überzeugt. Und wenn man sich auch die Zahlen anschaut, dann passt hier fundamental auch alles. Das ist ein schönes Wachstum, wie man hier nochmal sehen kann. Wir haben hier einen Umsatz von 245 Milliarden circa und eine Marktkapitalisierung von 671 Milliarden. Ganz wichtig ist sie natürlich nur in der Heimatwährung. Und dadurch haben wir hier so ein Kursumsatzverhältnis von 2,7, was für so einen Wachstumstitel für Xiaomi sehr, sehr günstig ist. Und da werde ich hier auch eventuell selber nochmal zugreifen, weil ich einfach langfristig mehr als überzeugt bin. Und wenn wir uns jetzt den Kurs vom Freitag anschauen, ein ganz kleines Minus mit 0,64 Prozent. Grundsätzlich ist aber so ein kleiner Aufwärtstrend im Takt. Wir bleiben weiter über der 50-Tage-Linie und über der 200-Tage-Linie. Jetzt muss man einfach schauen, wie es so die nächsten Tage oder jetzt in der Handelswoche weitergeht. Ich glaube, dass man irgendwann wieder das neue Allzeithoch angreifen kann, aber es wird ein bisschen dauern. Wir stehen hier aktuell bei einem Kurs von 2,85 Euro. Ganz wichtig ist jetzt dann auch, die 3-Euro-Marke in mittelfristiger Zeit zu knacken. Wie gesagt, langfristig traue ich hier Xiaomi auf jeden Fall zweistellige Kurse zu. Schauen wir mal, wann das Ganze passiert. Schreibt mir auch unten gerne in die Kommentare, was ihr langfristig von Xiaomi denkt und wo ihr glaubt, dass Xiaomi vielleicht in den nächsten 5-10 Jahren stehen könnte. Ja, das war es jetzt eigentlich soweit von meiner Seite. Und wenn euch mal wieder mein Kanal gefallen hat, dann lasst doch jetzt gerne ein Abo da. Würde mich natürlich mega freuen. Das war es von meiner Seite. Ich wünsche allen einen schönen Tag. Ich freue mich auf das nächste Video. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal.